Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein kleines Video zwischendurch und zwar findet heute die Verlosung statt. Wie ihr wisst, verlose ich diese zwei Filamentrollen und es haben 40 Leute mitgemacht und jetzt geht es auch schon los. Ich habe die Lose vorbereitet hier in der Dose und ihr werdet jetzt bei der Ziehung mit dabei sein. Also erstmal ordentlich schütteln und dann kann es auch schon losgehen. Die erste Gewinner ist Colestown XXL. Herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Gewinner. Und nochmal ein bisschen mischen. Und der zweite Gewinner ist Michael Horsch. Herzlichen Glückwunsch, auch du hast eine Filamentrolle gewonnen. So, jetzt würde ich euch nur noch bitten, die beiden Gewinner jetzt mir eine E-Mail zu schreiben an die unten eingeblendete Adresse mit eurer Anschrift, damit ich euch das Paket auch zuschicken kann. Und dann würde ich auch schon sagen, wird es auch definitiv noch vor Weihnachten da sein und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude daran wie ich. Und dazu muss ich noch sagen, ich habe vermutlich eine der jüngsten Zuschauerinnen, die man so haben kann und die hatte mir jetzt vorab noch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Und zwar, wenn sie bei der Verlosung gewinnt, möchte sie gerne eine orangene Ente haben. Lissi, tut mir leid, du hast leider nicht gewonnen. Aber, bitte nicht traurig sein, denn schau mal hier, ich habe dir die orangene Ente vorbereitet, die macht sich jetzt ebenfalls auf den Weg zu dir und wird noch vor Weihnachten bei dir sein. Das ist doch schon mal was, oder? So, also... Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Also mir hat das richtig viel Freude bereitet, euch auch eine Kleinigkeit zurückzugeben, weil mittlerweile habe ich ja auch schon mehr als 500 Abonnenten. Das ist der Wahnsinn. Ich bin total begeistert über die positive Rückmeldung und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!